Diese Kackbombe, würd ich sagen. Und, was für einen Flugsack fliegst du? Halt immer die Säge. Hast schon lange nicht mehr gespielt, oder? Vielen Dank. Schon lange nichts mehr gespielt? Ich kann fast gar nichts mehr treffen, so richtig. Ich auch nicht. Ich spiel heute wieder das allererste Mal. Das letzte Mal war, äh, wo wir zuletzt zusammengezockt haben. Das ist ja schon wieder... Zumal, als ich eben was unternommen habe, war Skaten. War im Skatepark, haha. Du Gangster, du. Ja, ja. Dabei ist mir eine Schraube kaputt gegangen. Tja, so ist das halt, ne? So ist das Leben halt, und so. Wobei, ich... Komm, der da unten, der ist meiner. Ich bin viel zu lahmarschig. Ich glaub, bevor ich bei denen bei der Base bin mit nem Bomber, bin ich schon kaputt geschossen. Wo ist denn... Wo sind denn alle Base und so? Na, ich bin so schlecht. Alter, hab ich nur Abschlusshilfe bekommen. Wo liegen sie hier? Oh, da kommt ne Doof an der Seite. Die zerflügt mich, wenn die mich trifft. Und da hab ich jetzt schon Gäste. Naja... Gäste sind immer schön. Oh ja, die Gäste, die auf mich schießen. Ein Teampartner fliegt in mein Gesicht. Oh, oh, mein Flugzeug wird recht auseinander. Das ist richtig blöd, aber wir gewinnen ja schon wieder. Ja, krass, ich will halt das jetzt... Okay. Jetzt kann ich euch sterben. Wie weit bist denn du in deren Base? Ja, ich muss ja Panzer zerstören, ne? Aber da nicht in ihrer Base? Doch. Ich bin ja noch nicht komplett in ihrer Base. Ich bin daneben. Hier sind halt, äh, gegnerische Flugzeuge. Aber ich hab ein paar Bodeneinheiten zerstört, wie man grad gesehen hat. Oder wie es im Chat gestanden hat. Ich bin nächste Woche, ähm, Donnerstag auf dem Band. Leipzig, ähm, halt ganz Leipzig. Okay. Ähm, englische Lampere. Hab ich qualifiziert. Uh. Präber. So, dann muss ich jetzt mal ein paar Kilometer hochfliegen. Mein viermotorigen Bomber. Ich hab so einen riesen Bomber, ne? Aber da passen nur sechs Bomben an Bord. Als ob schon wieder jemand gegen meinen Hex fliegt. Das ist normal, machen die immer so, ne? Und die sterben dabei auch nicht. Ne, der einzige, der stirbt, ist den, der gerammt hat. Ne, wenn ich jemanden ramme, dann sterbe ich selbst. Ja. Immer auf die Canucks hier. Ja, immer auf die Canucks. Ist was normal, oder? Meine Lehrerin so, komm, im Namen der Schule schaffst du schon international. Den Englisch Olympiade-Event. Ah, locker. Ah. Ja, und ich so. Naja, es gibt's ja nicht nur Leute, die aus den Iraken kommen und die besten Lehrer haben. Und nicht so, nur läppche Lehrer, die nicht mal richtig den Akzent können. Ja. Kannst du es sein? Äh, den Akzent? Ja. Das ist ein Akzent, wie wir sprechen. Ja, du bist halt auch ein Iraki. Das ist normal als Canuck. Ist so. Ist leichter als Deutsch. Der einzige schwere Akzent ist der französische. Der ist wirklich schwer für mich. Da muss man auf viel achten. Oh Gott, da kommt der Fokowolf. Wären, wären im französischen, äh, in der französischen Sprache nicht so viele Akzente, denn das ist die einfachste. Eine der einfachsten Sprachen, die man lernt. Wo kommt man in Sicht? Ähm, Bomber, ist auch cool. So. 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 Du fliegst, aber mit hoher Schwierigkeit. Bin halt immer noch der Keller, ne? Ach. Ja, dann helf mir doch. Du bist fünf Kilometer weg. Regelt. Mein Heckenschütze regelt, ne? Ich habe wieder ein paar Bodeneinheiten zerstört. Genau, ich bin schon wieder getötet. Ich verstehe diese Ruhe wirklich nicht vom Spiel. Jetzt drehen wir mal eine harte Kurve. Oh, ich bin tot. Naja, was soll's. Immerhin, ich habe fünf Bodeneinheiten zerstört. Allein mit dem Bomber 1000 EPE kassiert, ne? Also... Da ist denn irgendwo noch ein paar... Ah, wir verlieren. Sehe ich gerade. Hey, warum hast du gerade geruckelt? Keine Ahnung. Nein, wir haben verloren. So ein Dreck.